Bist du bereit, in das faszinierende Universum des FC Köln einzutauchen? Hier treffen die Leidenschaft für Fußball und die Emotionen der engagiertesten Fans aufeinander. Auf unserem Kanal erhältst du exklusiven Zugang zu unglaublichen Inhalten, von den Hintergrundgeschichten der Spiele bis hin zu Interviews mit den Spielern, taktischen Analysen und vielem mehr. Verliere keine Zeit, abonniere jetzt und werde Teil der FC Köln Familie. Gewalt glorifiziert FC wehrt sich gegen schwere Polizeivorwürfe Er war über 40 Jahre lang Polizist in Köln und lange Zeit Leiter der Einsätze im Rhein-Energie-Stadion bei Spielen des FC Köln. Volker Lange war eines der Gesichter der Kölner Polizei, ehe er 2021 in den Ruhestand ging. Nun hat er sich in einem Interview mit dem Fokus zu den Fan-Protesten in der Bundesliga geäußert und insbesondere den FC Köln und seine aktive Fanszene massiv angegriffen. Was sich liest wie eine Generalabrechnung mit dem FC und seiner aktiven Fanszene, begann Lange mit einem Statement zur Aktion der FC-Fans im Bremen Heimspiel, ferngesteuerte Autos auf den Rasen zu bringen. Mein erster Gedanke war, Wahnsinn, was für eine Riesengefahr, sagte Lange. Man stelle sich mal vor, da ist Sprengstoff drin. Diese Spielzeug-Mobile fahren zur Tribüne und gehen dort hoch. Wenn Fan-Ultras diese Minimobile ins Stadion reinbekommen, kriegen dies Terroristen erst recht hin. Lange malte ein Horrorszenario inklusive riesigem Blutbad, als hätten die Ultras-potentiellen Terroristen für die EM 2024 eine Idee für einen Anschlag geliefert. Danach begann der einstige Polizist seinen Vorwürfen gegen den FC. Die Ordner im Rhein-Energie-Stadion würden gegen entsprechende Bezahlung einfach weggucken, das ist doch auch bis hin zur Vereinsspitze gewollt. Hinter dem Südkörbe FC Köln e.V. stecken gewaltsame Ultragruppen, die Fanszene glorifiziert Ausschreitungen, Pyrofeuer und Massenschlägereien, in der Südkörbe stünden 2000 Störer und gewalttätige Kaoten, die die restlichen 48.000-Fans im Stadion tyrannisieren. Auf ausgewogene, nuancierte Äußerungen verzichtete Lange. Auseinandersetzungen zwischen der Fanszene und der Polizei seien ein wohlüberlegter Automatismus, wenn die Polizei einschreite, kolportieren die Ultras übers Internet schnell, dass sie wieder einmal Opfer übertriebener Polizeigewalt gewesen seien. Tatsächlich würde sich aber stets nach wochenlangen Ermittlungen herausstellen, dass die Polizei korrekt gehandelt habe. Und über allem stünde der Klub, der die Hand schützend über die Gewalttäter halte. Gerade in der jetzigen prekären Tabellensituation braucht der FC-Vorstand den Rückhalt durch die Ultras, sagte Lange. Die bestimmen letztlich den Kurs im Verein, deshalb nehmen Christian Keller und Werner Wolf auch die sechsstelligen Strafen zähneknirschend hin. Zugleich sollen offenbar die Ultras die Speerspitze gegen die Oberbürgermeisterin Henriette Recker bilden, die den Ausbau des Trainingsgeländes am Geisburgheim behindert. Das ist ein Geben und Nehmen, der Verein lässt die Ultras machen. Im Gegenzug baut er mit den Krawallmachern eine politische Front gegen die Stadtspitze auf. Danke, dass du Teil unserer FC Köln Community bist und diesen Kanal unterstützt. Wir hoffen, dass dir unsere Inhalte gefallen haben. Dein Feedback ist uns wichtig, also zögere nicht, uns deine Gedanken und Kommentare mitzuteilen. Gemeinsam machen wir diesen Kanal noch besser. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!